Hallihallo, hier ist wieder der Martin heute aus Samutsa Con und an einem neuen Tempelfestival, Wat Krokrak, da sind wir schon mal gewesen. Ich lasse demnächst mal unten in der Videobeschreibung den Link zu dem Video, wo wir hier schon mal gewesen sind. Und zwar war da hier auf diesem Gelände ein großer Markt, der mittwochs und samstags stattfindet. Jetzt haben wir ein Tempelfestival von gigantischem Ausmaß. Das sieht man ja sonst meistens gar nicht, wie groß diese Festivals sind, weil man hier so aus der Luft nicht filmen kann. Das Kloster, also Wat Krokrak, der Tempel ist wohl noch im Bau. Das ist noch eine richtige Baustelle hier. Beim letzten Mal konnten wir das auch gut sehen. Jetzt ist ziemlich viel drumherum. Und zwar ist der ganze Tempel auf Stelzen. Das sehen wir gleich, wenn wir runtergehen. Das ist gigantisch, was hier abgeht. Also machen wir eben hier einen Blick nach unten. Hier ist also die Hauptstraße vor dem Tempel. Und dort ist das Riesengelände. Alles Festival. Ja, ringsherum. Und hier ist der Tempel. Der ist so groß, dass man es kaum aufs Bild hier drauf kriegt. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Das hat wirklich gigantische Ausmaße hier. Man kann hier nochmal eine Treppe raufgehen. Da ist nochmal eine Aussichts-, ja nicht direkt eine Plattform, aber so ein Aussichtsrundgang. Denn hier unten, hier unten sind zwei Piere. Ein Pier, das geht nach Mahachai, quasi zum Markt, wenn man so will. Zum Mahachai Train Market. Und das andere Pier geht einfach nur gegenüber. Weil hier ist so eine Langzunge, quasi. Der Fluss, der schlängelt sich hier ein wenig. Das können wir auf der Karte sehen. Unten in der Videobeschreibung gibt es da einen Link zu, wo wir uns gerade hier befinden. Dann kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das hier aussieht. Und da oben kann man drauf gehen auch noch. Guck mal hier. Das ist riesig. Und das Ganze hier noch Baustelle. Also auch hier die Zäune. Das ist alles nur Provisorium. Und hier ist der Fluss. Da ist ein Bötchen. Da drüben ist ein Anlegeplatz. Und die Fähre hier geht also einmal quasi in so einer Schleife ringsherum. Und kommt dann da hinter dieser Langzunge am Mahachai Market raus. Und hier geht es auch noch einmal tief nach unten. Also wenn man hier mal so guckt. Das ist alles hier Handarbeit. Das ist wirklich kunstvoll gestaltet. Auch die Decken und so weiter. Das sind Konstruktionen hier. Das ist also richtig viel Arbeit. Und wie gesagt, es ist alles noch nicht fertig. Es ist noch hier im Rohbau quasi. Es wundert mich überhaupt, dass man hier oben drauf gehen kann. Ich möchte mich da oben jetzt nicht bewegen, weil das scheint mir ein bisschen... ein bisschen, naja, ein bisschen gefährlich vielleicht. Aber hier geht es gleich wieder runter. Und das ist alles schon sehr schön verziert. Hier kann man noch sehen. Die haben also gerade aufgehört zu arbeiten quasi. Und hier geht es jetzt auf beiden Seiten runter. Es ist ein bisschen nicht laut hier. Hier alles schön mit den Schlangen verziert. Auf beiden Seiten runter. Und da oben ist ein Rundgang, da kann man drauf gehen. Hier sind die Übertäter. Die ganzen Lautsprecher. Die hört man ein bisschen mal Time Market. Die schalten also über den Fuß hinweg ins Landesinnere quasi. Denn hier geht es, geht es zur Küste auf der anderen Seite. Alles schön auf der Karte zu sehen. Und wir gehen jetzt mal hier runter, weil hier oben ist wahnsinnig laut. Wir gehen jetzt mal ins Marktgeschehen, ins Festivalgeschehen. Es sind Karussells da. Es sind jede Menge Stände, wie wir sie kennen. Und da machen wir einen kleinen Rundgang jetzt. Da können wir es nochmal sehen. Das gigantische Bauwerk hier. Jetzt gehen wir mal hier quasi unter den Tempel. Da können wir sehen, der ganze Stempel ist auf Pfählen gebaut hier. Auf dicken Betonpfählen. Mal hier. Es gibt also hier unten quasi keine wirkliche Tempelanlage. Das sind alles ständig unten. Und das sind die Pfosten, die Betonpfähle, wo auf die ganze Plattform aufgebaut ist. Hier unten ist es jetzt ein bisschen leiser. Hier ist auch nicht wirklich ein großes Tempelbeschehen. Hier sind zwar ein paar Stände, auch ein paar kleine Restaurants. Aber das Eigentliche spürt sich drüben auf dem Platz ab, wo eigentlich der Markt stattfindet. Nämlich mittwochs und samstags findet da der große Tempelmarkt statt. Wie gesagt, Link zu dem Video. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Das gibt es unten in der Wiederbeschreibung. Und jetzt machen wir hier nochmal einen kleinen Rumblick. Hier sind also auch die Bereiche, wo die Tempelgaben abgegeben werden können. Wo die Spenden eingesammelt werden. Und wo es auch wieder richtig laut ist. Wo auch gebetet wird. Das findet also hier statt. Können Sie sich hier nochmal eben angucken. Wir sitzen also die Mönche. Die Mönche aufgereiht. Und predigen und erzählen hier. Also jetzt ist eh schon was los hier. Und es ist heute Dienstag. Also quasi mitten in der Woche. Wir werden es gleich sehen, wenn wir über das Festival gehen. Wir haben jetzt 19 Uhr. Ja, hier. 19 Uhr und eine Minute. Also die beste Zeit überhaupt für ein Tempel-Festival. Es wird richtig voll. Hier auch nochmal zu sehen. Schön. Das ganze Gerüst hier. Ein Wahnsinn. Ja, wir machen es jetzt hier aufs Festival. Und wie gesagt, es ist 19 Uhr. Die Leute strömen gerade hier auf das Festival. Und hier sind wir schon bei unserem ersten Liebling. Den Oister-Omlets hier. Immer ein Spaß hier zuzugucken. Könnt also den ganzen Tag hier zuschauen. Bradley People Everywhere. Guck mal hier. Da könnt ihr euch den ganzen Tag zugucken. Wir sind zwar fettig, aber lecker. Fett ist ja ein Geschmacksträger. Deswegen lieben wir das ja so. Oh, mal hier ist Teamarbeit. Da kommt noch Soße oben drauf. Noch mehr. Rossen. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, oder? Und das ganze Festival geht hier noch bis zum 28. Bis zum 28. Januar. Und im nächsten Monat, ab dem 10. Februar, gibt es schon wieder ein neues Festival. Auch hier im Marachai. Da werde ich auch nochmal vorbeischauen, wenn es klappt, bevor ich meinen kurzen Trip nach Europa mache. Guck mal hier. Hier wird gerade das Khao Mangai, wird gerade das Hähnchen geschnitten. Die Gurken kommen zum Reis. Alles wunderbar. Guck mal hier. Die Schweinshaxen. Meine liebligen Schweinshaxen. Ich glaube, die müssen wir uns mal wieder zusammen essen. Das Fett mag nicht jeder, aber das ist so saftig. Das wird auch das Wasser im Mund zusammen. Dann haben wir hier noch dann haben wir hier noch Moudeng, also das rote Schweinefleisch, hier unten. Dazu ist meistens der Mix mit den Würstchen. Ja, hier das Hähnchen. Die Eier gibt es zur Schweinshaxe. Nochmal hier einen kleinen Blick da drauf. Es ist einfach der Wahnsinn. Und hier noch eine Riesen-Omelette-Abteilung. Und natürlich unsere Insekten. Und immer wieder, die Leute, auch bei den Insekten, da ist immer was los. Die Leute kaufen es wirklich. Ist also nicht nur zum Angucken, nicht nur irgendwie eine Attraktion, sondern das wird wirklich gegessen. Als Snack. Manches davon esse ich auch ganz gerne. Da kommt noch immer ein bisschen Pfeffer drauf. Ein bisschen Sojasauce oder Viehsauce. Und dann ist das ein schöner Snack. Hallo, Vin. Von Ben Coniedermann. Den Kollegen, den kenne ich doch. Den kenne ich. Wir können auch gleich mal an der Pfanne vorbeischauen. Da wurden nämlich die Insekten brutzelt. Damit wir mal sehen können. Und ich habe das vorher auch nicht gewusst. Aber wenn man das mal so beobachtet. Die sind richtig lange in dem Fett drin. Also, die sind nicht mal eben ins Fett und dann fertig. Die bleiben da fünf bis zehn Minuten drin. Warum auch immer. Hier sind gerade die, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, die Raupen. Aber der Kollege hier, der ist wirklich der Hammer. Ich kenne ihn noch vom letzten Festival in Samuzakon. Ne, wo waren wir da? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kenne ich ihn. Er hat mich wahrscheinlich auch. Dann nicht mein erstes Festival. Ja und hier die Portionen kosten 20, 30, 50 Watt. Also, wirklich affordable. Da unten kann man sehen. Da steht es 20 Watt, 30 Watt und 50 Watt. Ja, die ist der Beste hier. So, weiter geht es hier. Das Schöne ist hier am Anfang, in vielen Restaurants, wo man auch sitzen kann. Nicht nur einfach Essen kaufen, sondern, sondern auch Platz nehmen kann. Hier sind Stühle aufgebaut, Tische aufgebaut und hier wird, hier wird Partei gemacht. Partei auf der großen Pfanne. Ja, hier mit Krims, mit Tufu. Alles frisch. Ja und die machen hier Radau um die Wette. Ja, beide gehören ja zusammen und klappern wir zum Handwerk. Da sieht man nächste Portion fertig einen Gaumenschmaus. Und hier, hier gibt es Suppen. Saberika. Guck mal hier. Hier gibt es Suppen mit frischem Fleisch dabei. Guck mal hier. Das sieht das Schwein aus. Dazu gibt es Fleischbällchen, da kommt die Reisnudel rein, Grünzeug, Bällchen, alles toll. Ja, ich rede mich schon über den Rage hier. Ich bin wirklich begeistert, wenn ich das sehe. Können mich glatt dazu setzen. Mache ich vielleicht später. Hier noch eine Abteilung. Guck mal hier. Das ist die Abteilung mit den Schweinsfüßen, äh, mit den Hühnerfüßen, Entschuldigung. Guck mal hier. Guck mal hier. Da sind sie. Leberstückchen. Und hier ist der, die Hühnerfußabteilung, die frischen, halbierten Eier. Oh mein Gott. Das ist was. Guck mal. Ja, hier ist richtig was los. Beste Zeit, 19 bis 20 Uhr, eigentlich bis 21 Uhr, ist wirklich immer viel los auf den Festivals. Und ab 21 Uhr wird es ein bisschen leerer. Aber immer noch gut bis 22, 23 Uhr kann man sich hier aufhalten. Wir sehen auch gleich, warum. Denn es gibt hier noch Spaß für die ganze Familie. Karussells und so weiter. Also, kommt alles noch. Hier gibt es nicht nur diesen einen, sondern viele, viele andere Gänge auch. Ich schwitze. Es hat vorhin etwas geregnet. Es war ein kurzer Schauer und dann war es auch wieder weg. Aber die Luft, die Luftfeuchtigkeit ist riesig. Und guck mal hier auf die Riesenwelle. Hier 50 Bar für so einen Spieß mit den ringrisenen Fleischwellen. Wenn man da einen Spieß von auf hat, dann ist man wirklich schon halbwegs satt. Also, alleine kriegt man so ein Ding noch kaum auf. Man will ja eigentlich von jedem ein bisschen was probieren. Da gibt es die kleinen Spieße, die kosten 10 Bar. Alles wird nochmal auf den Grill geworfen. Und wie gesagt, die großen, die großen Schwelle hier, die Klopper, die kosten 50 Bar. Auch hier, guck mal hier, sowas kostet 3 Bar pro Stück. Guck mal hier, die sind auch schön frittiert, kleine Bällchen. Da ist noch so ein schöner Teigmantel rum. Und das Ganze müsste dann für, was haben wir denn da, 30 Bar sein. Das sind 10 Sticks immer zusammengebunden. Ja, das Ganze gibt es dann für 30 Bar. Also, wirklich sehr lecker. Die Bällchen allein sind manchmal ein bisschen laff, aber mit der Panade drumrum ist ein bisschen Würze drauf. Da gibt es auch noch eine Soße dabei, wer will. Ja, hier, das ist, das ist die, die Squid Egg Pfanne. Ja, wenn die schön heiß sind, schmecken auch sehr gut. Da mit der grünen Soße dabei. Und hier bei den anderen Spießenden, da gibt es eine, da gibt es eine, süß-saure Soße dabei. Süß-sauerscharf. Wie gesagt, wer noch hier hinkommen will. Und hier, die Nudeln. Nudeln für 20 Bar. Das ist ungefähr 55 Cent. Das ist wirklich der Hammer. Guck mal hier. Da gibt es eine Portion von welchen Nudeln auch immer. Da ist eine Parteiart, da ist ein Paceo. Hier sind Eiernudeln, Mama-Nudeln. Also wirklich eine große Auswahl. 20 Bar. Da kannst du 1, 2, 3, 4, 5, wie viele verschiedene? 1, 2, 3, 4, 7 verschiedene. Da hättest du quasi für 140 Bar von jedem mal eine Portion. Kannst du übrigens auch mixen. Da kannst du auch mehrere in einem Schälchen unterbringen. Kleinen Mix. 20 Bar für ein Schälchen. Der ist unglaublich, oder? Guck mal hier. Ist das was? Das ist wirklich geschenkt. und deswegen kannst du dir auch vorstellen, warum hier so viele Leute stehen. Ja, ist also wirklich etwas, wo alle gut aufgehoben sind, weil die Auswahl der Nudeln ist groß und Nudeln mag eigentlich jeder. Und hier der nächste Stand. Gegrillte Bananen. Guck mal hier. Die Leute stehen in Schlange. Gegrillte Bananen mit verschiedenen mit verschiedenen Toppings, also mit verschiedenen Soßen dabei. Die Bananen kommen auf den Grill. Da werden die meistens noch plattgeklopft und dann kleingeschnitten. Guck mal hier. Da gibt es die Kokossoße mit Maissoße. Hier ist Longhorn. Was haben wir da noch? Also verschiedene Soßen. Dann werden die kleingeschnittenen Bananen in ein kleines Becherchen und dann kommt das Topping oben drauf. Und hier auch so ein Becherchen kostet 50 Baht. Ja, hier auch. Bekannt aus TikTok. Kann man also heutzutage die ganzen großen von den Anbietern hier kann man wirklich auf TikTok verfolgen. Irgendwo stehen dann die Kameras rum und wir schauen uns mal hier. Guck mal, die Leute stehen in der Schlange hier. Guck mal hier. Unglaublich, oder? Die stehen bis dahinten. Guck mal da. Stehen alle Schlange. Ich werde nicht mehr. Ich flipp aus. Guck mal hier. Alle wollen so Bananen. Jeder will Bananen. Und so sieht das Ganze aus hier. Hier. Da ist die Bananenabteilung. Die werden also hier gegrillt. Und danach das will man eben zeigen. Ich dränge mich einfach mal vorbei. Guck mal hier. Hier kommen sie auf den Grill. Werden richtig schön dunkel teilweise. Und da drüben werden sie dann platt gemacht und klein geschnitten. Und kommen dann in die Becherchen. Also. Wenn das hier eine Reise wert ist. Bananen in Thailand. Gegrillte Bananen. Kennt ihr bei uns ja gar nicht. Und ich sag euch eins. Wenn ihr die... Oh, es fing an zu regnen. Es fing an zu regnen, Leute. Was findet ihr zu regnen? Ihr werdet nicht mehr. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich jetzt ein Ding. Weil die Technik hier... Ihr wisst schon. Kamera, Mikrofon und so weiter. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Hier vorne ist es noch ein bisschen überdacht. Aber hier... Hier sind Netze drüber, damit hier die Vögel nicht unterfliegen. Ja. Aber man sieht jetzt hier wirklich... Es fängt an zu regnen. Die Leute verziehen sich jetzt in die Nebengassen. Da vorne ist ein bisschen was überdeckt. Da müssen wir mal gucken, ob wir uns hier so irgendwo unterstellen können. Ich habe es vorhin in meiner App gesehen. Der erste Regen war angekündigt für später am Abend. Und dabei war heute Nachmittag schon der erste Regen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Wetter-App. Also niemals drauf verlassen. Gerade in Thailand nicht. In Europa ja auch schon nicht. Aber gerade in Thailand nicht. Aufs Wetter ist kein Verlass. Also entweder auf das Wetter nicht oder auf die App nicht. Ja, also... Der Regen war angekündigt heute Morgen in Bangkok für sieben bis neun Uhr. Es war nichts. Gar nichts. Null. Und dann für heute Abend, ab 22 Uhr, soll es hier regnen. Und es hat hier schon gerechnet bei meiner Ankunft um 17 Uhr. Also, entweder Wetter lügt oder die App lügt. Alles von beiden. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Ja, es regnet noch nicht. Noch nicht feste. Also man kann hier... Man kann sich noch ein bisschen hier bewegen. Aber es geht jetzt gleich... Es geht ja sicher gleich los. Und ich bin ja nicht zu Fuß hier und auch nicht im Taxi. Na, ich muss ja gleich auch wieder hier weg. So, wie ich schwitze. Es ist ein Riesending hier. Und ich habe ein Hotelzimmer. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Bin ich schon mal gewesen. Da bleibe ich nicht nur bis morgen, Mittwoch, sondern bis zum Donnerstag. Also zwei Nächte habe ich gebucht für... Ich glaube, Agoda hat mir 35 Euro berechnet. Für zwei Nächte. Absolut okay. Schönes, großes Zimmer. Schöne Klimaanlage. Internet wunderbar. Und ja, das Ganze werde ich nämlich dann wahrscheinlich morgen nochmal hier in Anspruch nehmen. Das Festival. Wo ich auch noch andere Märkte und Attraktionen auf dem Schirm habe, wo ich hin möchte. Aber Wetter, eigentlich ungewöhnlich für diese Zeit, aber passiert immer mal. Deswegen, morgen einfach mal vorbeischauen abends auf Bangkok & Moor. Da wird sicherlich auch was vorhanden sein. Und ihr genießt das Video hier. Ich mache noch ein bisschen weiter. Guck mal, ob wir noch was einfangen können. Ansonsten ist gleich Feierabend. Ob das weg ist. So, und hier kommen wieder neue Chicken. Eine ganze Ladung wieder. Das sind die Chicken im koreanischen Style. Da wird wieder drauf geschüttet. Die sind schön glasiert. Schön mariniert. Manche, mit so einer Knusper-Fanade, die gibt es auch Chicken Nuggets. Auch die gibt es hier mariniert. Also, und das Ganze hier, ich glaube so, was steht hier? Zehn Bad. Zehn Bad für alles. Die McNuggets fünf. Ja, die kleinen Dinger. Ansonsten alles zehn Bad pro Stück. Ja, und dann kannst du hier so ein Becherchen voll machen oder so eine Schale. Alles wunderbar. Und teilweise sind die richtig schön scharf. Teilweise mit Mayonnaise. Also, koreanische Geschichte. One-One Chicken Pride. Und dann kommt hier auch natürlich Elektronik. Es kommen die T-Shirts, Klamotten, Taschen, Kinderspielzeug, Haushaltswaren. Also, so ein Festival. Und so siehst du hier. Selbst die Mönche sind hier unterwegs und gucken, was los ist. Also, es ist hier wirklich für jeden was dabei. Und hier vorne gibt es auch noch eine Karussellabteilung. Da können wir vielleicht noch mal eben hingehen, wenn es nicht regnet. Bei den Karussells ist es immer so eine Sache, weil da auch Musik im Spiel ist. Also, mit dem Pächer müssen wir da gleich den Ton so ein bisschen überspielen. Aber auch hier, guck mal hier, das ist doch der Wahnsinn, oder? Hier, Sonnenbrillen, 50 Bad. Und so sieht der Martin aus, wenn er hier mit einem ganz normalen Telefon filmt. Ja, mit dem Samsung, mit seinem alten noch. Hier an der Seite ist der Empfänger dran und das Mikrofon ist hier drunter. Also, so laufe ich immer hier rum. Das ist schon Anlass genug für viele zu gucken, was macht denn der Veranda? Ja, hier noch mehr essen und trinken. Aber so laufe ich hier rum. Das Ganze ist noch viel größer, wenn ich hier einen Live-Sleeve machen würde, weil dann habe ich den Gimbel noch in der Hand. Da mache ich auch immer mal ein Foto von, damit ihr seht, wie das aussieht. Also hier, das ist richtig schön scharf. Jetzt einmal die Abteilung nicht scharf und hier mit Chili. Da kommt auf die Nudeln Hühnerfüße, ein halbes Ei dabei. Also, das ist nur ein Bruchteil des ganzen Festivals hier. Wirklich nur ein Bruchteil. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Wer hier in Thailand ist, zufällig gerade in der Nähe von Bangkok, in einer Stunde bist du hier von Bangkok aus, kannst du mit dem Zug ganz bequem kommen. Aber auch mit dem Minibus gibt es viele Möglichkeiten, hinzukommen. Da weiß jeder Bescheid. Selbst im Taxi. Wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid, ist auch im Taxi kein Problem. Fragt den Fahrer eures Vertrauens. Und bringt euch auch hier zum Tempelfestival. Wat Krokrak. Hier gibt es die Waffeln und kleinen Pfannkuchen. Ich habe diese Waffeleisen, habe ich mal auf der Messe gesehen, letztes Jahr. Eine ganz tolle Geschichte. Werden auch gut nachgefragt. Wir sind also den ganzen Abend, sind wir hier am Waffeln und am Plätzchen machen. Waffeln und kleine Pfannkuchen. Da gibt es noch hier die, das ist Pfannkuchenabteilung, nur hier. Da kommen auch Geschichten rein. Und das Ganze wird dann zugeklappt. 19 Bar, oder hier. Das sind so bananenförmige. Da kommt jetzt gleich noch was rein, da wird zugeklappt. Und das fertige Produkt sieht dann so aus. Und hier oben, das kennt der eine oder andere vielleicht noch aus unserer Jugend, da drin waren die Motorräder im Kreis. Immer an der Wand lang. Auch ein Spaß für großen und kleinen. Da gibt es ein Wikinger-Schiff für die Kleinen. Also, ihr könnt sehen, es ist wirklich ein tolles Festival. Und jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. Machen also noch ein bisschen weiter. ein paar Minütchen. Damit sich das Ganze auch lohnt hier. Da hinten gibt es noch mehr Karussells. Es wird auch scharf geschossen hier. Das kann man sich mal angucken können. Wie weit die Leute also die Gewehre da reinhalten. Ein bisschen, bis kurz. Also wer da nicht trifft, ist er noch schuld. Ja, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Noch weiter. Unglaublich, oder? So was geht bei uns nicht, oder? Ja, und hier wieder unsere kandierten Früchte. Ich habe ja als Kind, als Jugendlicher, als heranwachsener, als Kind noch, auf der Kirmes gearbeitet mit bei einem Zuckerwattenverkäufer. Da habe ich also Zuckerwatte gedreht. Ich glaube, für 50 Pfennig die Stunde. Irgend so was war da. Und der gute Mandel macht auch gebrannte Mandeln, gebrannte Mandeln und hier so kandierte Früchte. Ich erinnere mich also noch sehr gut daran. ist gerade mal, gerade mal 45 Jahre her. So, und das will ich euch unbedingt noch einmal zeigen, weil das beim letzten Mal nicht geklappt hat. Da habe ich zwar den Stand zeigen können, da war mal nichts los. Da standen die, glaube ich, gerade im Dunkeln. Jetzt machen wir mal hier einen Blick drauf. Guck mal hier. So, hier. Bälle werfen für den guten Zweck. Bälle werfen für den guten Zweck. Da ist sie im Wasser. Einmal im Wasser. Der Kollege hat getroffen. Ja. Wie gesagt, ich habe das schon mal von den Tat zu Acht gegeben. Also, da könnten auch Männer drauf sitzen. Ja, das ist also hier kein Problem. Aber es finden sich keine Männer. Das sind ja auch zu schwer. So sieht das Ganze hier aus. Zum Schluss noch mal die Kinderabteilung hier. Ganz toll. Das habe ich Ihnen woanders noch nicht gesehen. Also bei uns, in unseren Landen hier, Wasserspiele, das wäre, glaube ich, viel zu gefährlich oder wie auch immer. Da können die Kinder reinkrabbeln und sich dann hier im Hamsterrad, im Hamsterrad quasi bewegen. Können dann am Rad drehen. Oder hier, kleine Bötchen fahren. wie gesagt, da ist Aufsichtspersonal mit dabei. Auch hier hinten, da gibt es Hüpfburgen, große Hüpfburgen, kleine Hüpfburgen, Riesenräder, Miniräder. Hier wird gehüpft, hier wird getanzt. Die Kinderhabenspaß, das ist die Hauptsache. Da drüben gibt es noch ein Karussell, ein ganz traditionelles. Und da hinten, was für die Großen noch am Ende, da gehen wir noch mal eben kurz einen Blick drauf. Dann ist auch gleich Feierabend. Da haben wir doch noch eine halbe Stunde vorgekriegt. Unglaublich, oder? Ich hatte wirklich Bedenken gehabt, wegen des Regens, aber es soll, wie gesagt, um 22 Uhr soll es richtig anfangen. Du sollst die ganze Nacht durchregnen. Also deswegen kurz einen Blick noch drauf auf Space Wars und dann sind wir weg. Platz gesucht, da braucht sich kein Doktor. Wir sehen uns mal wieder. Tschüss!